Ahoi liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Wir sind bei Hobby und zwar es gibt einen neuen Grundriss, den 680 DT. Cooles Fahrzeug, echt was besonderes, aber den schauen wir uns an. Wann? Nach dem Intro. So, wir schauen uns das Fahrzeug doch mal an. Was ist hier besonders? Das wollen wir euch als allererstes zeigen. Der Grundriss hinten ist nämlich komplett anders. Ihr seht hinten die Möglichkeit eine schöne Sitzbank zu haben und hier kannst du locker mit 6 Leuten, also ich sag mal so, wenn man zusammenrutscht auch locker mit 8 Leuten sitzen, aber du hast auch die Möglichkeit hier natürlich das Bett zu bauen. Ist natürlich mega, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Ja, hier vorne im Bereich hast du nur die Sitzplätze, die du drehen kannst. Das ist halt dann etwas anders und hast hier an der rechten Seite noch ein paar Ablagen, wo man dann dementsprechend vielleicht nochmal einen Kaffee sich machen kann oder sowas. Das muss man halt dann ein bisschen anders nutzen. Gegessen wird halt hinten im Bereich der sogenannten Hektinet, wenn man es so sagen darf. Hier unter verbirgt sich die Heizung noch. Das ist eine Dieselheizung in dem Fall. Und wir haben hier drüber einen riesengroßen Schrank dafür, der sehr sehr tief ist. Also hier kriegt ihr natürlich Klamotten und so weiter super gut unter. Basis ist VW, dann habt ihr halt die kleinen Ablagefächer rechts und links und oberhalb habt ihr noch ein großes Ablagefach, vielleicht für Jacken oder was auch immer. Bei Hobby kriegt ihr eine Touchsteuerung, also hier könnt ihr dann dementsprechend die Lichter alle drüber steuern. Auch über App ist das möglich. Da gibt es auch dementsprechende Möglichkeiten. Dann haben wir hier an der Seite eine Verlängerung des Bettes, also Entschuldigung, des Bettes nicht, sondern der Arbeitsfläche. Und wir haben hier die zwei Flammen Gaskocher, eine große, eine kleine und das Waschbecken mit einem Klappwasserhahn. An der Seite könnt ihr noch solche Haken haben, wo ihr Handtücher hängen könnt oder halt diese Kochlöffel und so weiter und so fort. Dann haben wir hier nochmal das Servicefach sozusagen. Und darunter sind dann für Schubladen auch gesorgt, dass ihr Teller und so weiter gut unterkriegen könnt. Das ist doch eine ganze Menge. Dann haben wir rechts daneben natürlich den Kühlschrank. Standard Kühlschrank, beidseitig öffnbar. Und zur rechten Seite das schöne Bad. Normale Toilette, Tedford, kann man natürlich auch wieder austauschen logischerweise. Dann haben wir Klappwaschbecken. Hier haben wir noch einen Spiegelschrank, den man von unten mit einem kleinen Haken aufmachen kann. Verriegelung und dann kann man da auch noch viel Sachen verstauen. Ein Seitenfenster. Ein Oberfenster haben wir hier nicht. Wir haben hier an der Seite die Lamellen, dass wir uns im Prinzip hier einmal im Duschbereich aufhalten können. Und dann dementsprechend die Nasszelle auch nutzen können. Das ist Hochglanz. Schön weiß. Sehr schön gemacht. Viele Stauffächer auf der Seite hier. Auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite. Darunter nochmal Ablagemöglichkeiten. Und wie es bei Hobby so bekannt ist, die Lichtschalter. Ihr könnt fast das ganze Fahrzeug immer über einen Lichtschalter bedienen. Das finde ich ganz klasse. Und auch im Heckbereich gibt es dort nochmal die Möglichkeit, Sachen abzulegen. Ja, ich setze mich einmal kurz. Hier habt ihr den Tisch. Den könnt ihr wirklich sehr variabel gestalten. Hin und her. Her und hin. Also natürlich ist jetzt hier das eine Bett gebaut. Das heißt, selbst wenn ihr als alleinige Person unterwegs seid, könnt ihr da theoretisch auf der rechten Seite das Bett gebaut lassen. Dort könnt ihr schlafen. Und hier könnt ihr immer noch dran arbeiten. Wenn ich mich daran so setze und dann dementsprechend den Tisch rüber, kann ich trotzdem nochmal eben schnell was arbeiten. Seitliche Fenster. Ablagemöglichkeiten. Und das ist linke sowie rechte Seite so. Ja, es ist auf jeden Fall mal ein ganz anderer Grundschnitt. Ich finde den gar nicht so schlecht. Man muss natürlich für seinen Bedarf gucken, ob es geeignet ist für sich selbst oder halt nicht. Wir schauen uns das ganze nochmal von hinten an. Ich habe gesagt, wir schauen uns das ganze nochmal von hinten an. Wir haben hier noch zwei Fächer. Die wollte ich mir natürlich auch noch anschauen. Da ist eine kleine Gasflasche drin. Das wird ausreichend sein, um zu kochen. Und zur linken Seite haben wir noch die Möglichkeit, Staufläche zu haben. Sogar Durchlademöglichkeit. Also hier kommen dann Campingstühle und so weiter können da durchgeladen werden. Denn das, glaube ich, wird hier in diesem Fahrzeug ein kleines Problem sein. Wenn man dann nämlich einen größeren Campingtisch haben will, wird das ein bisschen schwierig werden. Den irgendwo hin zu verstauen. Ja, einmal nochmal von unten gezeigt. Denn hinten der Heckladebereich ist ja nicht da. Wir haben nur diese Ösen zum Festschrauben. Also wir können schon was transportieren. Aber natürlich nicht wie einen normalen Heckstauraum benutzen. Auch von außen schauen wir uns ihn nochmal an. Typisch VW. Schön schlicht gemacht. Ja, halt doch sehr VW-like. Zu dieser Seite haben wir dann nochmal Stromanschluss gehabt. Und hier ist natürlich noch die Toilette und der Auslass von der Gasheizung auf der Seite. Wir haben es uns gemütlich gemacht in der neuartigen Dinette, wenn man es so sieht. Naja, es ist ja keine Dinette, die ist ja weiterhin vorne hier. Das ist ja das Schöne. Es ist ja nur für zwei Leute gedacht. Also entweder kannst du vorne hier den Tisch, also diesen Tisch hier, wo wir den haben. Ach, den können wir ja auch vorne einstecken. Das habe ich gar nicht gesagt und gar nicht gesehen. Genau, den nimmst du hier nämlich weg. Wenn das Bett gebaut wird, nimmst du den hier weg. Du kannst den vorne. Das ist ja geil. Und hier, das ist halt eine richtige Lounge zum richtig schön rumlummern. Und richtig toll. Was bei diesem Fahrzeug ja auch toll ist, ist definitiv, er bleibt unter 3,5 Tonnen. Auch in der Fahr... Ach, das werde ich nie hinkriegen. Die technisch zugelassene Gesamtmasse bleibt unter 3,5 Tonnen. Und das ist gut. Zuladung echt wenig. Knappe 300 Kilo. Das ist nicht viel. Aber das ist halt darauf basierend, es ist ein VW. Das muss man sagen. Richtig. PS-mäßig. Ich glaube, hier ist wieder die größere Maschine drin, was meistens typisch ist. Also von daher... 177 Pets. Genau. Und Automatikgetriebe auf jeden Fall auch. Und das liegt halt alles. Ein bisschen Gewicht. Genau. Der Preis hier bei diesem Fahrzeug, so wie er hier jetzt auf der Messe steht, knappe 94.000. Genau. Das ist eine Hausnummer, das weiß man. Aber hier kriegt man dann die Qualität, die man sich woanders manchmal wünschen würde. Genau. Und ihr kriegt die Modernität. Das vor allen Dingen, weil ich habe gesagt, mit der ganzen Smart Home Bedienung und so weiter, das ist schon... Typisch Hobby. Ja, typisch Hobby, genau. Und so wird euer Hobby richtig Spaß machen. Es ist wieder nur ein Einblick gewesen, wie gesagt, kommt einfach mal auf eine Messefahrt zum Hobbyhändler, die so ein Fahrzeug dabei haben. Es kommen ja ein paar Messen jetzt noch. Natürlich idealerweise zur CMT. Also ihr macht da nichts verkehrt. Einfach mal hier reinsetzen, genießen und Spaß haben. Ja. Das soll es jetzt gewesen sein. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss. 눈 wird bei Bis zum nächsten Mal.